Zwischen Allensbach und Konstanz, in einer der schönsten Ferienlandschaften am Bodensee, befindet sich das Haus St. Elisabeth in Hegne. Hier wird Gastlichkeit für Leib und Seele gelebt, im Geist einer traditionsreichen Klosterherberge, doch mit Komfort und Service eines modernen Drei-Sterne-Superieur-Hotels. Vom großzügigen, komfortablen Zimmer bis zum einfachen Einzelzimmer mit Etagendusche, findet sich für jedes Reisebudget die passende Unterkunft. Von fast allen Zimmern überblickt man die Unterseeregion. Tagungen Das Haus St. Elisabeth eignet sich für Workshops, Tagungen, Konferenzen, aber auch Familienfeste. Mit unseren acht Tagungsräumen zwischen 20 und 170 Quadratmetern bieten wir Platz für kleine Seminargruppen und Veranstaltungen mit bis zu 150 Teilnehmern. Sie verfügen über modernste Tagungstechnik, sind flexibel gestaltbar und barrierefrei begehbar. Breite Fensterfronten sorgen für viel natürliches Licht und den direkten Zugang zu den weitläufigen Grünanlagen um das Gebäude. Die Nähe zum Kloster Hegne ist ein Bonus, kein Muss. Als Tagungsteilnehmer sind Sie eingeladen, am spirituellen Leben der Schwestern teilzunehmen oder meditative Hausangebote zu nutzen. Kehren Sie bei sich selbst ein. Fragen Sie sich, was in Ihrem Leben wesentlich ist. Schärfen Sie Ihre Sinne und öffnen Sie Ihren Geist. Urlaub, das heißt heute vor allem eine Auszeit vom schnelllebigen Alltag nehmen. Zum Beispiel an unserem Seegrundstück, beim Kanufahren, im Lesezimmer oder bei Entspannungs- und Wahrnehmungsübungen im Meditationsraum. Wir alle suchen nach neuen Impulsen, sei es spiritueller oder weltlicher Art. Die verschiedenen Saisonangebote des Haus St. Elisabeth sind für Individualreisende, Kurztrip-Liebhaber, Familien oder Gruppen gleichermaßen interessant. Schenken Sie Ihrem Körper Entspannung und Ihrem Geist Einkehr im Haus St. Elisabeth.